Natürlich fuckt mich das ab, wenn ich in Deutschland 50% Steuern bezahle und eine hohe sechsstellige Summe von meinem Konto irgendwie ans Niemandsland Finanzamt verschwindet. Aber der Punkt ist, irgendwer muss die Steuern ja bezahlen. Natürlich könnte ich mich auch in ein Land absetzen mit meinem Online-Business hier, wo ich 5% Steuern bezahle. Ja klar, könnte ich machen. Und wer bezahlt dann hier die Müllabfuhr? Wer bezahlt hier die Leute, die die Straßen in Ordnung halten? Ja, das muss doch alles bezahlt werden. Wenn sich alle großen Unternehmen in irgendwelche Steuerschlupflöcher verpissen, dann kollabiert hier irgendwann alles und niemand verdient mehr Geld. Weil du musst halt einfach Steuern bezahlen, wenn du viel verdienst. So ist es halt einfach. Und ich bin ehrlich gesagt auch stolz drauf, dass ich so viele Steuern bezahle. Das zeigt mir, ich habe es geschafft. Also alle, die sich in den Ausland irgendwie absetzen, weil sie keine Steuern bezahlen wollen, verdient lieber mal ein bisschen mehr Geld, dass ihr euch die Steuern leisten könnt. Und das gehört nämlich dazu.